Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Final Fantasy XIV Ant Walker und ja, wir finden immer mehr heraus über den Nichtsgesandten, wo Ajaya, die Schwester von Vidra ist. Mal schauen, wie es weitergeht, denn wir haben wohl wieder ein paar Feinde, so wie es halt immer gehört. Darum legen wir jetzt los und gucken mal, was uns heute so erwartet. Also auf, auf. Normalerweise trifft man Farafello am Rande meines Territoriums weit weg von allen anderen. Ein ganzes Stück östlich von hier sollten wir ihn finden. Aha. Okay. Weit sind wir gekommen. Über Farafellos Versteck sprechen. Hier gibt es weder Meister noch Pflichten und jeder kann tun und lassen, was er will. Doch der Hunger hört nie auf. Und früher oder später sucht man sich Beute. Bis auf Farafello und Kirato, die gegenseitig voneinander fressen, sofern sie daran nichts hindert, kommen sie auch nicht hervor. Syriathos Furcht hält ihn konstant in Bewegung, als könnte er überall stecken. Farafello versteckt sich dagegen meist an ein und demselben Ort. Also ist der Typ leichter zu finden. Okay. Gucken wir mal kurz nach Rande. Hey, Syriathos. Hallöchen. Oh. Oh nein. Was soll ich jetzt nur machen? Syriathos, dich habe ich nicht erwartet. Wo hast du Farafello gelassen? Farafello? Farafello? Ah, ja, ja, sicher. Farafello, er ist weggelaufen. Ja, genau. Weit, weit weg. Weit weg? Das ging so gar nicht nach ihm. Was soll ich sagen? Er ist eben fort. Und schon rennt er wieder weg. So macht er es immer. Aber irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht, wenn du mich fragst. Andererseits täusche ich mich bei sowas scheinbar ständig. Was sagst du dazu? Er war verstört. Hat ihn vielleicht jemand eingegriffen? Ich glaube nicht, dass er uns die ganze Wahrheit erzählt hat. Ich denke mal, der hat seinen Kollegen gefressen. Also, glaubst du das auch? Ja. Diese Geschichte macht mich stürzig. Farafello ist nicht in seinem gewohnten Versteck. Ein Syriathos, der ewig in Bewegung ist, kauert reglos an einem Ort. Nein, wir müssen Syriathos finden. Komm. Komm. Okay. Also, hier lang. Diesmal packen wir bei Syriathos. Scheint etwas weiter weg zu sein. Hallo, Hündchen. Äh, was auch immer du bist. Ah, da ist er ja schon. Syriathos, wir müssen reden. Nein, nein, nein. Dazu haben wir keine Zeit. Der Sturm zieht auf. Und sie mit ihm. Wir müssen fliehen. Und zwar schnell. Hey, warte. Sie? Vor wem spricht er? Aber, das müssen wir ihn wohl selbst fragen gehen. Ja, ja, ja. Ja, perfekt. Servus. Nochmal. Was ist denn so los mit dir? Wer zieht mit dem Sturm auf? Na, der Sturm. Die Winde. Barbarizia. Wer? Wir müssen von ihr fliehen. Alle, schnell. Hau nicht ihm ab, Mann. Ich spüre nichts und niemanden im Gegensatz zu ihm. Da vorne ist aber eine Sackgasse. Von dort aus kann er uns nicht mehr entkommen. Okay. So, Sprint rein. Ah, da ist er ja schon. So, diesmal haust er aber jetzt nicht ab. Das ist klar. Weißt, das fress ich dich. Nein, es gibt kein Entkommen mehr. Wovor willst du denn überhaupt entkommen? Papa Barizia, sag ich doch. Golbers, Elementarfürstin des Windes. Eine seiner Fürsten? Entweder frisst sie dich oder sie zwingt dich, dir zu dienen. Für den heiligen Krieg gefressen wird man aber sowieso. Ich wollte das nicht. Nichts davon. Deswegen bin ich doch hierher gekommen. Das erklärt einiges. Aber nicht alles. Ich dachte, Farah Velo war derjenige, der einen Fürsten diente. Nicht du? Und zusätzlich zu deinem merkwürdigen Benehmen von ihm und Farah Velo's Verschwinden, scheinst du eine ganze Menge über diese Barbarizia zu wissen. Dafür kann es nur eine Erklärung geben. Er hat Farah Velo gefressen. Du sagst es, scharfer Verstand, Hut ab. Ist das wahr? Hast du es getan? Und damit meine ich nicht nur etwas von seinem Äther, ob du ihn ganz und gar verschlungen hast, will ich wissen? Aber woher wisst ihr das? Nicht nur dein Verhalten ist mir aufgefallen, weißt du. Du bist mir aufgefallen. Du fühlst dich anders an. Aber die Beherrschung hast du nicht verloren, oder? Farah Velo hat dich darum gebeten, ihn zu verschlingen. Hier kann man nichts vormachen, oder? Es ist wahr. Farah Velo ist nicht geflohen. Ich habe ihn gefressen. Vor niemandem hat er sich je mehr gefürchtet, als vor Barbarizia. Und er hasste das endlose Gekämpfe. Also hat er mich gebeten, ihn zu verschlingen, ganz und gar, damit er nie wieder kämpfen muss. Also wählte er einen einzigen Augenblick des Schmerzes, anstatt einer Endlosigkeit des Kampfes. Ich schätze, das passt zu ihm. Und trotz allem kann ich ihn immer noch hören, tief in meinem Kopf. Und er hat Angst. Farah Velo hat so große Angst. Wenn man gefressen wird, mischt sich der eigene Äther in den des Angreifers. Zwar hat man keinerlei Kontrolle mehr, aber das Bewusstsein schwindet nie ganz dahin. Gäbe es in dieser Welt einen richtigen Tod, würde sich die Seele auch nicht so hartnäckig halten. Stattdessen würde sie früher oder später einfach in den Kreislauf des Äthers eingehen und sich damit vom Körper lösen. Aber hier gibt es keinen solchen Kreislauf und damit auch keinen kommen. Farah Velo ist nicht dumm. Das war ihm klar. Er muss wirklich verzweifelt gewesen sein, wenn er um so etwas gebeten hat. Und diese Verzweiflung steckt nun in Siriato und verstärkt seine Angst nur umso mehr. Die dieser Ort wird vom Blut gedrängt sein. Weder noch Farah Velo wollen gefressen werden, aber jetzt gibt es keinen Kommen mehr. Dann erzähl mir von Barbarizia. Ich will wissen, mit wem genau wir es zu tun haben. Es ist zu spät, nicht mehr lang, und dann werden ihre Winde und alle verschlingen. Oh! Seht! Seht nur! Es ist Barbarizia, die Kaiserin des Windes! Faszinierend. Sie nimmt gleich eine ganze Insel mit. Eigentlich kann sie nur nach euch suchen. Andere Unruhestifter fallen mir nicht ein. Vermutlich solltest du deinen Gefährten Bescheid sagen. Von uns dürft ihr euch keinen Schutz erwarten. Nein! Fressen! Gefressen werden! Schau für mich! Ich will nicht mehr! Das verstehe ich nur zu gut. Einer der vier Elementarfürsten ist auf dem Weg hierher? Wir werden also tatsächlich beobachtet. Für eine Lagebesprechung bleibt keine Zeit. Da ist sie schon. Ich dachte, ich müsste euch aus Burg Treuer scheuchen. Stattdessen lauft ihr mir geradezu in die Arme. Du bist also diese Barbarizia. Für dich, Kaiserin des Windes! Was ist das hier überhaupt für ein garstiger Ort? Nichts als Kleinvieh. Puh! Scheinbar habt ihr Skamillioner auf dem Gewissen. Also, was wollt ihr hier? Wir suchen nach einem Drachen, der vor tausenden von Jahren in diese Welt gekommen sein muss. Weißt du etwas darüber? Ein Drache? Nun verstehe ich euren Plan, Meister Golbis. Für einen großen Fang braucht es einen großen Köder. Diese geniale Voraussicht will ich ehren, indem ich nun ihre Seelen restlos verspeise. Diese Worte... Du weißt etwas über Ashtarja! Hmm, du riechst auch danach nach dem köstlichen Äther eines Drachen. Ich warne dich, du wirst an uns zu kauen haben. Wir sind zäh. Das werden wir sehen, mein kleiner Leckerbissen. Ich bin nicht Skamillioner, der seine Schwäche mit Hinterhalten kompensieren muss. Ich lade euch nur zu gerne ein in meine Domäne. Kommt und seht selbst, wenn ihr so brennend an dem Drachen interessiert seid. Oder schlottern euch schon die Knie? Dann lauft nur davon, husch husch! Schließlich habe ich hier noch ein ganzes Dorf voller Häppchen, an denen ich meinen Appetit stillen kann. Was jetzt? Diese Einladung nehmen wir an. Das kann nur eine Falle sein. Naja, das ist eine Falle, ist es mal klar. Wir nehmen die Einladung an. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Sie lauert in ihrem Unterschlupf. Bereiten wir uns gut vor. Wir werden also gehen. Was ist mit dir, Zero? Ich habe zwar gesagt, dass ihr mich neugierig macht, aber in so eine offensichtliche Falle renne ich bestimmt nicht. Zumindest nicht ohne Gegenleistung. Dann will ich dir meinen Äther anbieten. Mein Leben kann ich dir nicht geben, noch bin ich hier nicht fertig. Solange du diese Grenze nicht überschreitest, sollst du dich an mir laden dürfen. Ich denke, das ist ein angemessener Lohn. Wie du weißt, war Barbarizia auf meinen Äther aus. Und sicher bist du dir seines Wertes ebenfalls gewahr. Gut. So soll es sein. Ei, 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 ei. Okay, also müssen wir uns wohl mit Barbarizia jetzt umschlagen. Je weniger Zeit wir dem Feind zum Stellen der Fallen lassen, desto besser rücken wir aus, sobald alle bereit sind. Das ist wahr, und dennoch plagt mich mein Gewissen, ob all der Seelen die Barbarizia an sich riss. Wären wir nicht hier, wäre nichts davon geschehen. Da hat er recht. Wenn du Zeit brauchst, Zero, dann... Zeit? Wozu? So etwas ist hier Normalität. Ganz offensichtlich, wenn man etwas will, so nimmt man es sich mit Gewalt. Also kommt, heulen wir mit den Wölfen und entreißen ihr ein paar Antworten. Okay. Des Sturms wildes Heul Seid gewarnt, Barbarizia deutet an, dass sie euch Antworten gebe, wenn ihr sie besiegt. Aber das kann sie nur dann, wenn wir ihr ein Fenster zum Wiederkehren lassen. Ich muss wohl nicht betonen, wie gefährlich das ist, gerade bei einem mächtigen Wesen wie ihr. Stattdessen sollten wir sie bei erst bester Gelegenheit versiegeln. Und dann berührst du einfach die Memoria und blickst in ihre Vergangenheit. Jaja, leider lässt sich diese Gabe nicht steuern. Ich werde es versuchen, kann aber nichts versprechen. Gut. Sollte es nicht funktionieren, müssen wir eben anderswo nach Antworten suchen. Dies ist schließlich nicht die letzte Gelegenheit, um mehr über Astaias Verbleib zu erfahren. Verliert Golbez einen weiteren seiner Fürsten, ist er zum Handeln gezwungen. Und dann warten wir ganz geduldig, dass er zu uns kommt. Das ist wahr. Und Scamillione hat uns bereits bewiesen, dass uns ein derartiger Kampf alle Kraft abverlangt. Zur Rückhaltung wird uns teuer zu stehen kommen. So wollen wir sie bei erster Gelegenheit versiegeln, ganz so, wie Zero es vorgeschlagen hat. Jaja, los! Dann sind wir uns ja alle einig und können aufbrechen. Lasst uns den Nisroch nehmen. Ihr seid nicht die einzigen, die auf dem Wind reiten. Wir kümmern uns um ihr Gefolge. Barbaritia ist dein. Das war's für den Nisroch. Okay, Leute, aber den Kampf gegen Barbaritia werden wir erst das nächste Mal machen. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao!